Hallo und Herzlich Willkommen mit den Bearvolleyes auf Auswärtsfahrt nach Hersching. Ich bin Robert Krohm und ich stelle hier kurz meine erste Klasse vor. Hat sich seit Jahren etabliert, um frisch bei den Auswärtsspielen zu sein. Da habe ich mir hier so ein kleines Luftbett vorbereitet und der Platz ist natürlich auch nicht umsonst gewählt. Immer lichte Toilette und im Zentrum des Busses hier kriegt man einiges mit. Und natürlich auch die Kaffeemaschine gleich nebenan. Ja, wie man sieht, Luftbett, wunderbar gepolstert und da kann man auch mal so ein 8 Stunden Ritt ganz locker überstehen. Robert, bitte kannst du mich einen Kaffee machen? Ja natürlich, natürlich. Das macht man nicht alles für die Mannschaft hier, für so ein erfolgreiches Auswärtsspiel. Wie ein Zauberer werde ich jetzt aus diesem wunderbaren Kaffeepad einen belebenden Kaffee zaubern. So, der Kaffee ist fertig. Viel Glück noch beim illegalen Glücksspiel. Viel Glück noch beim illegalen Glücksspiel habe ich ihm natürlich gewünscht und hoffe, dass der Kaffee schmeckt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.